So, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es bei uns was zu gewinnen, und zwar die beiden Bücher Fettverbrennen am Bauch und Intervallfasten, die sich da jetzt ganz schnell rauskiehen, lustigerweise. Die habe ich gesehen bei WeGiro. Das ist eine Seite, wo man Produktplatzierungen bekommen kann, gegen Geld. In dem Fall gab es kein Geld, weil das war nur ein Giveaway. Also, ich habe aber trotzdem unterstützt durch Produktplatzierungen hingeschrieben, zur Sicherheit, weil es in Österreich wird gern geklagt, also sicher ist sicher. Auf jeden Fall habe ich das Buch gesehen, und weil ich jetzt wieder abnehmen möchte, bis 31.12., habe ich mir gedacht, erst, ich frage mal an, die Autorin von dem Buch schenkt das fünfmal, das und Intervallfasten. Und ich habe gedacht, na, das ist vielleicht was für euch. Es sind ja einige dabei von meinen Zuschauern, also von euch, die auch Gewichtsprobleme haben und abnehmen. Deswegen ist es eine nette Aktion. Ich werde jeden Sonntag bei Pokémon aufwachen mit Pokémon GO je ein Set davon euch geben. Also, ich habe davon nichts bekommen. Das ist einfach nur Nettigkeit. Und, ganz wichtig, deswegen gibt es die Bücher überhaupt. Oben habe ich euch Links reingestellt, von Clara Day, von der Autorin. Unter den ersten 500, die sich die Bücher dann kaufen, verlost sie ein nagelneues iPad. Alle Infos dazu gibt es im Begleittext hier, brauche ich jetzt nicht ausführen. Also, das ist doch mal nicht schlecht. Und ich habe das erste Buch jetzt schon gelesen. Also, nicht das Intervallfasten, sondern das Fettverbrennen am Bauch. Es war ein nettes, kleines Buch. Es gelest sich sehr gut und es hat viele Rezepte dabei. Du lernst, was Fettburner-Lebensmittel sind, welche Lebensmittel du essen sollst für deine Diät, warum du die speziell am Bauch zunimmst, wie Hormone deinen Abnehmen beeinflussen können. Also, und noch vieles mehr. Das war interessant. Ich habe ja auch eins bekommen. Also, insgesamt habe ich sechs Bücher bekommen. Fünf darf oder soll ich verschenken. Und eins habe ich selbst behalten, jeweils. Das andere habe ich noch nicht gelesen. Intervallfasten habe ich noch nicht gelesen. Hatte ich noch keine Zeit für. Werde ich aber jetzt über die zwei Monate auch machen, wo wir abnehmen. Ja, bitte tut mir noch einen Gefallen und edit unseren Instagram-Account. Weil da werde ich jetzt beim Abnehmen wieder morgens ein kleines, wie der letzte Tag lief, Video machen. Und mein Gewicht aktuell, heute Morgen, 95,8. Also, 5,8 Kilo muss ich runter machen in den zwei Monaten. Gut, also lest euch den Text da oben durch. Wenn ihr noch ein Geschenk sucht für eure Verwandten, kauft euch das Buch. 9,99 Euro kostet es bei Amazon. Link von ihr ist dabei. Und die ersten 500, die das kaufen, können ein iPad gewinnen. Oder unter den ersten 500, die das kaufen. Und ihr die Rechnung schickt in Buch. Ist eine E-Mail-Adresse ziemlich weit vorne. Und, ja, da darf ich natürlich jetzt nicht zeigen. Und wenn ihr eure Rechnung dann da hinschickt, dann nehmt ihr teil. Okay, also, Aktion beginnt ab heute. Von daher habt ihr noch alle Möglichkeiten. Und jetzt um 8, nicht vergessen, Pokémon Live. Und da könnt ihr die ersten beiden Exemplare gewinnen. Bis gleich. Und dann değerst du dich. Und dann wäre perfekt, wenn du sie anfangen. Und dann würde ich dafür viel mehr.